Wir hören uns aber zu diesem Thema mal kurz an, was die Außenministerin in dieser Woche vor dem Europarat gesagt hat. The crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Wir haben es jetzt mal auf Englisch offen stehen lassen. Sie hat also gesagt, wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Hat sie bei der Formulierung nicht aufgepasst und wie gefährlich ist das? Das Auswärtige Amt hat ja gleich danach das gerade gerückt.